Robust und hygienisch. Die leistungsstarken Sensoren in Edelstahlgehäusen sind für Detektionsaufgaben in rauen Umgebungen entwickelt. Die robusten Allrounder der Serie 35C sorgen in Verpackungsanlagen und in anderen Industrien für stabile Prozesse. Sensoren der Serie 33C kommen bei sehr hohen Hygieneanforderungen zum Einsatz. Beispielsweise bei der Primärverpackung von empfindlichen Lebensmitteln. Die Sensoren sind absolut dicht und chemisch beständig. Damit halten sie regelmäßigen Reinigungszyklen mit Hochdruckreinigern und aggressiven Reinigungsmitteln stand. Sie benötigen keine zusätzlichen Einhausungen. Das spart Zeit und Geld. Mechanische Belastungen und Vibrationen in den Anlagen erfordern widerstandsfähige Sensoren. Auch bei starken Temperaturschwankungen arbeiten die perfekt auf diese Umgebungsbedingungen abgestimmten Sensoren zuverlässig. Die Sensoren überzeugen nicht nur durch ihr robustes Gehäuse, auch die Leistungsdaten sind bemerkenswert. Dank der Power Pinpoint LED ist die Inbetriebnahme einfach und schnell. Die Leuchtdiode erzeugt einen kleinen, hellen, runden und homogenen Lichtfleck. Er bildet exakt das Ansprechverhalten des Sensors ab und bleibt im gesamten Arbeitsbereich konstant. Die Performance zeigt sich zudem in der Anwendung. Die Reflexionslichtschranken der Serie 33C im Hygienedesign erkennen zum Beispiel hochtransparente Flaschen in der aseptischen Abfüllung zuverlässig. Lichttaster der Serie 35C kommen bei Detektionsaufgaben in Bereichen mit unverpackten Lebensmitteln und regelmäßigen intensiven Reinigungszyklen zum Einsatz. Der dynamische Referenztaster DRT 35C erkennt beliebige Produkte, indem er das Förderband als Referenz verwendet. Damit eignet er sich ausgezeichnet für die Detektion von Lebensmitteln auf mehrspurigen Förderstrecken. Die Einweglichtschranke LS 35C Superpower ist ein leistungsstarker Problemlöser. Sie durchstrahlt selbst metallisierte Folien und detektiert die Position von Produkten innerhalb der Verpackung. Entdecken Sie die Vorteile unseres großen Portfolios auf einen Blick. Die zwei Vollbaureihen in robusten Edelstahlgehäusen beinhalten viele Speziallösungen für anspruchsvolle Detektionsaufgaben in Verpackungsprozessen. Mit umfangreichen Zertifizierungen, FDA-konformen Materialien und einer absolut dichten Konstruktion eignen sich die Sensoren perfekt für den hygienesensiblen Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Dank Powerpinpoint LED und IO-Link Schnittstelle lassen sich die Sensoren einfach in Betrieb nehmen und in die Steuerung integrieren. Erfahren Sie mehr zu unseren robusten Sensoren unter www.leutze.com.